Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, freut mich sehr, dass wir den Abend heute Abend teilweise zusammen verbringen dürfen mit einem, wie ich denke, wichtigen Thema, nämlich MS im Alter. Mein Name ist Antonius Bajos. Ich bin hier leitender Oberarzt, stellvertretender Direktor und leiter in der Sektion für klinische Neuroimmunologie, wozu auch die Multiple Skirose gehört. Bin hier schon seit mittlerweile etwa 18 Jahren, also kein originärer Augsburger, aber schon sehr lange hier. Ja, das ist meine Zittelfolie. Wie gesagt, das Thema lautet MS, was ist mit zunehmendem Alter zu beachten? Das sind meine potenziellen Interessenkonflikte und die Frage ist, was erwartet Sie heute Abend? Die Fragen, auf die ich eingehen möchte, ist die MS im Alter überhaupt häufig und was ist überhaupt das Alter? Was passiert in der Immunoseneszenz? Die Immunoseneszenz, was ist das eigentlich? Wie schaut es aus mit den Effekten, mit der Sicherheit von Immuntherapien im Alter? Welche Rollen spielen Komorbiditäten, also andere Erkrankungen letztendlich jenseits der MS? Die Frage ist, die viele umtreiben, auch die wir Neurologinnen und Neurologen uns häufig überlegen, ob die Therapie im Alter umstellen oder stoppen sollen und wenn, dann wann? Die MS kann sich zu jedem Alter oder in jedem Alter manifestieren. Wir wissen etwa, dass etwa 10 Prozent der MS-Patienten haben ihre ersten Symptome vor dem 18. Lebensjahr, die sogenannte pädiatrische, kindliche MS. Am häufigsten ist die MS zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. So war bisher zumindest immer die Ansicht. Und wir wissen, die MS beginnt ja häufig oder am häufigsten mit einem Schubvermengenverlauf, aber die MS kann im Verlauf auch schleichend verlaufen. Wir wissen, dass dieser schleichende Verlauf nicht erst irgendwann ganz spät kommt, sondern auch schon früher kommen kann. In einer Studie war das Mittel von etwa 38 Jahren. Nun zu ein paar Begriffsdefinitionen. Was ist überhaupt Kind, jugendliche Erwachsener? Kinder sagen wir, wenn es heute um das Alter geht, Kinder sagen wir, sind Menschen zwischen dem vierten und zwölften Lebensjahr, Jugendliche vom 13. bis 18. Lebensjahr, Erwachsene klar auf dem 19. Lebensjahr. Da scheiden wir manchmal jüngste Erwachsene bis zum 20. Lebensjahr, Junge bis zum 30. Und hier kommen wir zum Thema des heutigen Abends. Late-on-ZMS, also eine Spätbeginnende MS. Darauf kommen wir nachher noch ausführlich zu sprechen. Nach dem 50. Lebensjahr. Dann gibt es noch die sogenannte Very-Late-on-ZMS, also eine sehr spätbeginnende MS. Das wäre hier nach dem 60. Lebensjahr. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass die MS sich am häufigsten manifestiert, also am häufigsten Auftritt zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr mit so einem Peak im 30. Lebensjahr. Aber die Frage ist, wie alt sind die Patientinnen und Patienten, die sich in unseren Klinikenambulanzen befinden? Und hier sind mal Zahlen aus einem MS-Base-Register, das ist ein internationales Register unter australischer Führung mit vielen zehntausenden Patienten. Hier wurde einmal geschaut, wie viele Patientinnen und Patienten, die dort registriert sind in diesem Register, sind schon mindestens 50 Jahre alt. Das ist man überrascht, denn etwa 44 Prozent der Patienten sind mindestens 50 Jahre alt. Das heißt, ein Großteil der Patienten ist schon in Anführungszeichen älter. An der Stelle darf ich vielleicht sagen, ich bin 55 Jahre alt, also zähle mich durchaus mittlerweile auch schon zu dieser Personengruppe im Alter dazu. Die Frage ist letztendlich, wie alt sind die Patientinnen und Patienten, die Diagnose gestellt werden? Auch da wurden Zahlen aus dem Register bemüht und wir haben gesehen, etwa ein Drittel der Patienten ist bei Diagnosestellung mindestens 50 Jahre alt. Das heißt, MS im Alter, wenn man das jetzt sozusagen mit 50 Jahren mal definieren würde, ist etwas, was zahlenmäßig heutzutage eine ganz große Rolle spielt. Das sind hier Zahlen jetzt aus Deutschland. Was Sie sehen können, das ist eine Grafik und ich zeige Ihnen heute ein paar Wissenschaftliche Grafiken, bitte nicht verzweifeln. Ich werde jede Grafik gut erklären und Sie müssen die Grafiken auch nicht mit dem tiefsten Detail verstehen. Es ist häufig so, dass manche sehr genaue Grafiken haben möchten, andere lieber sozusagen nur Dinge im Erzähltext und deswegen zeige ich gerne die Grafiken, aber beschreibt mir natürlich auch gut, damit ich sie hoffentlich durch den ganzen Vortrag auch mitnehme. Was Sie hier sehen, auf dieser Achse hier ist die Frage, wie häufig die MS letztendlich in Deutschland ist und aufgeteilt hier nach Altersgruppen und hier unten sehen Sie letztendlich Männer auf der unteren Kurve 2009, der oberen 2015 und hier, wo mein Laserpointer gerade ist, Frauen 2009, 2015, sehen zwei Sachen. Zum einen, die MS wird häufiger. Wir wissen etwa, dass in Deutschland derzeit etwa um die 280.000 Betroffene mit MS leben. Was Sie aber auch sehen, man sieht so einen kleinen Ruck nach rechts. Das heißt, auch hier sehen wir, dass die, die etwas älter sind, auch mittlerweile zahlenmäßig stärker vertreten sind. Und das ist nicht nur bei uns, das ist auch in anderen, wir sagen Kohorten, das heißt in anderen Regionen so. Wenn man sich mal andere Orte der Welt anguckt, wie hier Kanada zum Beispiel, sieht man mal bei früheren Untersuchungen 1984 war das Spitzenalter, das heißt das Hauptalter, wo die meisten Patientinnen und Patienten zu finden waren, zwischen 35 und 39, heute zwischen 55 und 59. Ähnliches in Norwegen 2003, zwischen 45 und 49, jetzt 60 bis 64. In Bayern, also hier bei uns letztendlich, das war 40 bis 45 in früheren Erhebungen spekuliert oder etwas sozusagen geschätzt, 50 bis 65 im Jahr 2040. Noch eine andere Region in Kanada, British Columbia, auch hier das Alter zunehmend bei jüngeren Erhebungen 2008, also 1992, noch in den Staaten letztendlich Nordamerika. Auch hier sehen wir zwischen 30 und 39, 1976, jetzt 55 bis 64 2010. Das heißt, dass Menschen mit MS sozusagen werden gut und häufig auch in einem sehr, sehr guten gesundheitlichen Zustand älter und stellen eine immer größer werdende Gruppe dar, die wir zu versorgen, die wir versorgen dürfen. Und wir müssen halt bestimmte Aspekte bei der MS im Alter beachten und darum geht es heute Abend in meinem Vortrag. Der Begriff der Immunosaniszenz. Ja, leider kann ich mit Ihnen nicht interagieren. Das will ich mal in die Runde fragen, wer den Begriff der Immunosaniszenz schon mal gehört. Was bedeutet das? Immunosaniszenz bedeutet, das Immunsystem wird älter. Wir alle werden älter. Ja, das ist gut so. Aber das Immunsystem altert mit uns. Wir sehen, dass im Rahmen dieses Alterungsprozesses verschiedene Entzündungszellen reduziert sind. Wir wissen auch, dass die Antikörperbildung, ja, also diese Eiweißstoffe, die uns letztendlich vor Infektionen schützen sollen, dass die auch im Alter verändert werden. Und Sie wissen, die MS ist eine Autoimmunerkrankung. Und wenn sich diese letztendlich Aspekte des Immunsystems ändern, dann scheint das wahrscheinlich auch einen Effekt auf die MS zu haben. Sie alle haben schon davon gehört, in dieser Immunosaniszenz. Wir wissen zum Beispiel, dass sich viele ältere Patienten oder viele ältere Menschen letztendlich gegen Infektionen nicht so gut wehren können. Das liegt auch an dieser Immunosaniszenz am Altern des Immunsystems. Ein anderer Faktor, den wir berücksichtigen müssen, ist der Unterschied zwischen Mann und Frau letztendlich. Denn Sie wissen alle, Männer und Frauen sind durch verschiedene Hormone ausgestattet. Für Männer ist es Testosteron, hier rechtsgezeigt, relevant. Für Frauen unter anderem nicht nur, aber auch unter anderem das Estrogen. Die Frage, wenn im Alter, und das ist hier zu sehen letztendlich, sowohl der Testosteronspiegel runtergeht, als auch hier, wie hier gezeigt, sozusagen der Estrogenspiegel runtergeht. Die Frage ist, welchen Effekt mag das auf die MS-Entwicklung haben? Was Sie sehen können, ist letztendlich, dass hier in der Pubertät, vor allem bevor das Estrogen hochgeht, haben wir ein höheres Risiko für Frauen, dass die eine MS bekommen. Auf der anderen Seite letztendlich, wenn bei Männern das Testosteron runtergeht, nach der Pubertät, haben wir hier ein erhöhtes Risiko für MS bei Männern letztendlich. Bei Frauen und auch bei Männern ist es so, dass der Estrogen und Testosteron bei den Männern absinken im Verlauf. Was wir sehen können, dass das für die MS nicht günstig ist. Bei Frauen sehen wir zum Beispiel, dass durch den Abfall des Estrogens dazu kommt, dass die Krankheitsaktivität, was die Progression, also das Voranschreiten von Symptomen, zum Teil auch ohne Schübe angeht, dass dieser Estrogenmangel wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass es zunimmt und dann auch bisweilen das Tempo erreicht, wie es bei Männern vorher. Wir wissen ja, dass Männer sozusagen eher ein rascheres Tempo haben, es voranschreiten sich der MS als Frauen, aber hier im Alter holen in Anführungszeichen Frauen auf. Also die Entwicklung der Hormone, die Frauen und Männern vor allem Bestimmung zu eigen sind, die spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung der Multiple Sklerose. Die Frage ist, diese Immunosinneszenz, die ich eben erklärt habe, dieses Altern des Immunsystems, was macht das? Welche Bedeutung hat das denn auf die MS im Alltag? Die Frage ist, ist das gut zu messen? Nein, es ist schwer zu messen. Wir haben keinen guten Biomarker, wir haben keinen einfachen Bluttest, der uns jetzt anzeigt, wie alt in Anführungszeichen Immunsystem ist oder wie gut das Immunsystem funktioniert. Doch vom Alter her gibt es jetzt kein Cut-Off, also kein hartes Alter, wo man sagt, naja, da gibt es bestimmte Veränderungen, das ist ein Schleichner-Prozess, der beim einen mehr, beim anderen weniger ausgeprägt ist. Aber die Frage ist, das sind jetzt hier drei Punkte, die ich in weiteren aber noch eingehen werde, welchen Effekt hat diese Immunosinneszenz auf den Krankheitsverlauf, auf die Tatsache oder wie wir auf Therapie, oder wie Patientinnen und Patienten auf Therapie ansprechen, und auf das Sicherheitsprofil von Medikamenten. Wir wissen, im Rahmen des Alters kommt es bei der MS zu einer abnehmenden Krankheitsaktivität. Wir sehen weniger Schübe, wir sehen weniger neue Herde, neue Entzündungen in der Kernschmerntomographie. Wir sehen aber auch, dass die Behinderung im Alter zunehmen kann und das Ansprechen auf Therapien nicht so gut ist wie früher. Das heißt, die Effektivität der Therapien kann im Alter abnehmen. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, eben eine erhöhte Anfälligkeit für gewisse Infektionen, wie Herpes-Infektionen zum Beispiel, bei Patientinnen und Patienten mit MS. Zunächst zur Schubrate. Sie alle wissen, die MS beginnt in der Regel oder am häufigsten mit dem Schubvermengenverlauf. Und hier ist mal aufgetragen die jährliche Schubrate letztendlich. Und hier auf dieser X-Achse die Altersgruppen. Letztendlich sehen Sie hier unter 20-Jährige, 20 bis 30, 30 bis 40 und so weiter. Und was Sie sehen können, letztendlich am häufigsten, am meisten Schübe haben wir so in dem Bereich 20 bis 30, also dort im Alter, in dem letztendlich auch die MS diagnostiziert wird. Und was Sie auch sehen, ist, je älter Patientinnen und Patienten werden, umso seltener werden Schübe. Und hier die dunklen Balken sind die Frau und die hellen Balken sind die Männer letztendlich in dieser Studie. Und Sie sehen, die Schubrate geht mit dem Alter runter. Passend dazu letztendlich ist es so, dass auch die Kontrastmittelaufnehmende Herde im MRT im Alter sich verändern. Sie wissen ja, das MRT ist eine ganz wichtige Methode, um letztendlich in das Gehirn hineinzugucken, um zu sehen, wie viel Aktivität dort herrscht. Und Kontrastmittelaufnehmende Herde sind solche, dass wenn über die Sie sehen können, aus verschiedenen Studien, auf die ich gar nicht im Einzelnen eingehen möchte, gehen mit diesen Balken letztendlich auch die Altersgruppen, die ganz dunklen sind die jungen und je heller, umso älter letztendlich. Wir sehen, die Anzahl der Kontrastmittelaufnehmenden Herde gehen in mehreren Studien ganz deutlich runter. Das heißt, im Alter sehen wir weniger Schübe und wir sehen auch weniger MRT-Aktivität, hier gezeigt durch die sogenannten Kontrastmittelaufnehmenden Herde. Die Frage, ist denn das MRT bei Betroffenen, die älter werden und MS haben, anders? Wir alle wissen, dass jeder von uns sozusagen, ob MS oder nicht MS, wir alle haben eine Hirnatrophie. Hirnatrophie bedeutet, unser Hirnvolumen schrumpft letztendlich, auch bei Gesunden letztendlich. Und wir wissen aber, dass bei MS-Betroffenen stärker schrumpfen kann. Und wir wissen aber auch, das ist die gute Nachricht, eigentlich die meisten der Therapien schaffen es bis zu einem gewissen Maß, diese Schrumpfen, diese Hirnatrophie zu reduzieren und sogar zu verhindern. Bei Gesunden ist es so, dass sozusagen die Schrumpfen etwa 0,2 Prozent dieser Atrophie ist und die kann im späteren Erwachsenenalter bis 0,5 Prozent gehen. Wir wissen auch, dass bei den Patientinnen und Patienten mit einer Sekundär-Pogedenten- Atrophie, MS, mehr Atrophie in der grauen Substanz ist, also im Bereich der Hirnrinde, im Bereich der Kerngebiete. Und was ganz wichtig ist, gerade im Alter, im Alter können ja nicht nur neue MS-Lisionen auftreten. Was wir häufig im Alter haben, sind unter anderem auch Schlaganfälle und es gibt vaskuläre, also gefäßbezogene Lisionen. Das heißt, durch Verschluss kleiner Gefäße kann es auch zu Veränderungen kommen, die mal MS-Therden ähnlich sehen können. Und das ist wichtig, das nicht in einen Topf zu werfen, sondern zu differenzieren, damit nicht eine Therapie irgendwie intensivieren, obwohl es gar nicht eine neue MS-Lision, sondern vielleicht ein neuer kleiner Schlaganfall ist. Das dürfen wir nicht übersehen. Hier unten zeige ich nochmal MRT-Bilder einer Hirnatrophie. Sie sehen hier in MRT das, was schwarz ist, weil ich jetzt hier abfahre, sind die Nervenwasserräume, die inneren Nervenwasserräume. Hier außen die äußeren Nervenwasserräume, was Sie hier sehen können, ist sozusagen eine MRT-Aufnahme sieben Jahre später. Und Sie sehen, die Nervenwasserräume haben deutlich zugenommen, sowohl die inneren, die ich hier abfahre, wie auch die äußeren. Das heißt, zu einer Hirnatrophie gekommen, das Hirngewebe hat gelitten. Und das ist unter anderem, darum geht es aber heute gar nicht zentral, aber ich habe jetzt trotzdem einen Punkt für mich und einen Credo zu sagen, wir müssen die MS frühzeitig effektiv behandeln, um genau das zu verhindern. Ich habe Ihnen gesagt, wir dürfen MS-Herde und andere sozusagen Störungen des Gehirns wie Durchblütungsstörungen nicht sozusagen in einen Topf werfen. Was Sie hier sehen, ist eine MRT-Aufnahme. Und das ist hier so eine spezielle Wichtung, wir nennen das Diffusionswichtung, wo sich frische Schlaganfälle durch so einen hellen Punkt da zeigen können. Das können aber auch MS-Läsionen letztendlich. Und in dem Fall war es ein Schlaganfall, keine neue MS-Läsion. Und wenn ich denken würde, es wäre eine neue MS-Läsion, würde ich sagen, naja, die Therapie ist nicht ausreichend. Wir intensivieren die Therapie. Dabei ist das Problem ganz woanders. Also das muss man auch im Alter letztendlich zunehmend berücksichtigen, weil einfach im Alter solche Visionen durch Durchblutungsstörungen bedingt häufiger werden oder häufiger werden. Das ist jetzt eine ganz, erstmal ganz kompliziert wirkende Grafik, soll aber zeigen, was sozusagen über die Jahre, dass diese Achse über die Jahre passiert. Wir haben ja verschiedene Sachen eingezeichnet. Was wir sehen, über die Jahre bei der MS, sehen hier Inflammation. Inflammation bedeutet Entzündung. Die Entzündung steigt zuerst an letztendlich, geht dann runter. Das heißt, die Entzündung spielt im Alter gar nicht mehr so die große Rolle letztendlich. Axonal loss bedeutet, wir haben einen Verlust von Nervenfasern. Wir sehen, der Nervenfaserverlust kann zunehmen. Und das hier Brain Volume. Brain Volume bedeutet das Hirnvolumen. Das heißt, das Hirnvolumen nimmt ab. Das heißt, wir haben zunehmend Prozesse dazu führen, dass Nervenzellen untergehen, das Hirnvolumen verloren geht. Aber die Entzündung spielt nicht mehr so die große Rolle. Die Frage ist, wenn wir diesen Prozess hier so haben letztendlich, wie weit machen Therapien hier hinten noch Sinn? Darüber sprechen wir gleich noch. Ich hatte Ihnen schon gesagt, es gibt den Begriff der sogenannten Late Onset MS. Late Onset MS bedeutet, dass die MS jenseits des 50. Lebensjahres manifestiert. Etwa 5 bis 10 Prozent der Patienten, also gar nicht so wenige, haben sozusagen entwickelt die MS im späteren Erwachsenenalter. Und was wir auch sehen, das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt in den Daten aus Deutschland, aber auch zu dem MS Space Register, die Prävalenz, das heißt das Vorherrschen, das heißt die Häufigkeit der MS im höheren Erwachsenenalter nimmt zu. Und wir wissen auch, MS-Patientinnen und Patienten werden durch die bessere Versorgung immer älter. Das heißt, weil ich Ihnen schon gezeigt habe, noch mal wiederholt für die Late Onset MS, die Anzahl der Patienten und Patienten oder Betroffenen mit MS im Alter wird immer größer. Die Frage ist natürlich die, beginnt die MS tatsächlich erst nach dem 15. Lebensjahr? Wir wissen ja häufig, wenn Patientinnen und Patienten kommen mit einem Schub, zum Beispiel mit einer Gefühlsstörung, einer Schwäche oder einer Sehstörung, wir machen MRT, wir sehen ganz viele Lesionen, sodass wir davon ausgehen, dass die MS wahrscheinlich schon Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte früher begonnen hat, sodass wir nicht immer sagen können, ob die MS wirklich nach dem 15. Lebensjahr angefangen hat, aber das sind die Zahlen, die man dazu in der Literatur findet. Wie unterscheiden sich Betroffene mit einer Late Onset, also nach dem 15. Lebensjahr auftreten, MS, von denen, die früher starten letztendlich? Wir wissen ja, das Verhältnis von Frauen zu Männern bei der MS ist normalerweise 3 zu 1. Bei denen Betroffenen, die später mit der Erkrankung starten, beziehungsweise die später Symptome entwickeln, ist das Verhältnis sozusagen geringer, 2 zu 1. Also hier sind prozentual gesehen eigentlich mehr Männer betroffen. Wir haben häufiger Patientinnen und Patienten, die eine primär schleichende MS haben, keine primär schubvolle MS haben. Und wir wissen auch, dass der Beginn im Alter zum Teil damit verbunden ist, dass schneller eine gewisse Behinderung, EDSS, so ein Behinderungsgrad erreicht werden kann. Und das Problem, viele sagen, naja, eine MS im Alter gibt es das überhaupt, sodass man die MS auch gar nicht so sehr denkt, sondern eher an andere Dinge denkt, wie Schlaganfall oder ähnliches. Das ist die Diagnose, bis die MS gestellt worden ist, letztendlich bei Betroffenen, die später eine MS erkranken, kann häufig verzögert sein. Nun zur Therapie der MS im Alter. Was gibt es da zu beachten? Und ich rede jetzt heute oder hier heute Abend nur über die Immunprophylaxe. Immunprophylaxe ist die Therapie, die letztendlich dazu dienen soll, dass neue Krankheitsaktivitäten auftreten. Wir wissen ja, die MS-Therapie hat drei Säulen. Einmal die Schubtherapie, dafür geben wir, und das wissen Sie sehr gut, geben wir Glucocortikosteroide oder auch Cortison genannt. Wir haben die Immuntherapie, das heißt, die Therapie dazu dienen soll, neue Schübe, neue Verschlechterungen, MRT-Läsionen zu verhindern. Und wir haben die sogenannte symptombezogene Therapie, die dazu dienen soll, Symptome wie Spastik, wie Blasenstörungen zu reduzieren. Ich rede jetzt heute Abend in dem Bereich nur über die Immuntherapie. Das ist sozusagen der bunte Blumenstrauß von Medikamenten, die wir momentan für die Multiple Sklerose, schubförmige Multiple Sklerose zugelassen haben. Sie sehen, das sind sehr viele Präparate. Das erste angefangen 1995, Interferon-Präparat. Das letzte sind BZ-Antikörper Oblituximab, den es bald auf dem Markt geben wird. Also ganz viele Medikamente. Die Frage, machen all die Medikamente auch für alle Altersstufen auch im Alter Sinn oder nicht? Und dazu möchte ich ein paar Gedanken heute Abend mitgeben. Das Problem ist, wenn wir über Therapien im Alter reden. Diese Therapien wurden ja alle in Therapiestudien untersucht. Und das Problem ist, dass in diesen Therapiestudien auch um andere Begleiterkrankungen auszuschließen, dass es da häufig eine obere Altersgrenze gab. Das heißt, nicht jeder Patient, nicht jede Patientin durfte mitmachen, sondern nur Patienten, wie hier gezeigt in vielen Studien, in der Regel bis zum 50., manchmal 55. Lebensjahr, selten in einer Studie bis zum 65. Lebensjahr. Das heißt, für Patienten, Patienten, wir für viele Therapien überhaupt gar keine richtigen Studiendaten und auch Sicherheitsdaten, also Studiendaten bezüglich Sicherheit und Effektivität. Und das muss man einfach immer berücksichtigen, dass wir diese Altersgruppe sozusagen in kontrollierten Phase-3-Studien, die dazu dienen, dass in Substanz zugelassen wird, dass wir solche Daten gar nicht haben. Deswegen sind auch Register nach Zulassung von Präparaten ganz wichtig, weil dort auch ältere Patientinnen, Patienten eingeschlossen werden können. Also wenn Ihr Behandler sie darauf anspricht, sie in ein sinnvolles Register einzuschließen, dann ist das etwas, was begrüßenswert ist, weil wir einfach damit mehr Daten sammeln können von Betroffenen, die in Studien, auch in dieser Altersbeschränkung, in den Studien nicht abgebildet sind. Was interessant ist, und das kann man, glaube ich, so mitnehmen, die Therapie der MS ist umso effektiver, je jünger Patienten, Patienten sind. Ich zeige Ihnen das mal in der Grafik. Jetzt wird für Sie ein ziemlich kompliziertes Mal vorkommen, aber ich will Sie ein bisschen durchführen, das ist die Paradigm-Studie. Die Paradigm-Studie ist eine Studie gewesen, oder war eine Studie, die eine Substanz, den Golimotor, darum geht es mir gar nicht, das ist so eine Tablettentherapie, die auch für die MS zugelassen ist, wurde bei Kindern getestet, also Kindern unter 18 Jahren letztendlich. Was wir sehen konnten, die Schubratenreduktion, die relative Schubratenreduktion betrug 82 Prozent. Das ist ein Wert, von dem wir vorher nur zu träumen geglaubt haben. In der Erwachsenen-Neurologie, also bei Erwachsenen, MS-Patienten, Patienten waren es 54 Prozent gewesen. Also Sie sehen, die Therapien, das sieht man bei anderen Therapien, das war Ihnen auch die Therapie letztendlich hier in diesen beiden Studien. Erwachsene versus Kinder war bei den Kindern wesentlich effektiver. Nicht nur bezüglich der Schubrate. Nächste Grafik ist leider genauso kompliziert, aber ich nehme Sie wieder mit. Was wir gesehen haben bezüglich der Entwicklung der Behinderung, hier wurde man unterteilt, nicht nach Kindern, Erwachsenen, sondern nach jungen Erwachsenen und alle Erwachsenen. Und die bezüglich der Behinderungsprogression, nach acht Jahren Behinderungsprogression bedeutet, Voranschreiten von Behinderung konnte durch die Therapie eine relative Revolution von über 50 Prozent erreicht werden, bei den jungen Erwachsenen bis zu 30 Jahre, bei allen Erwachsenen zusammengenommen 24 Prozent. Das heißt, Sie können auch hier sehen, nicht in Bezug auf Schübe, sondern auch auf das Verhindern von Behinderung profitieren oder profitierten in dieser Arbeit jüngere Patientinnen und Patienten deutlicher. Das hier war eine Studie, die uns alle so ein bisschen sehr überrascht hat. Die hat mal verschiedene ganz große Therapiestudien sozusagen zusammengefasst und hat geguckt, wie letztendlich Patientinnen und Patienten mit zunehmendem Alter profitieren. Und die Aussage war erst mal ziemlich ernüchternd, was die Studie nämlich sozusagen ausgesagt hat, wobei es hier auch methodische Probleme gibt, sodass ich auch nicht alles unterstreichen würde, war, dass jenseits vom Alter von 53 DMDs bedeutet sozusagen disease-modifying drugs, das heißt Immuntherapien kaum Effekt haben und die effektiven Therapien vor allem dann besser als die weniger effektiven Therapien wirken, wenn Patienten und Patienten jünger sind. Das war erst mal frustrierend gewesen und alle haben sich gedacht, macht es überhaupt Sinn, Patienten und Patienten in höherem Alter zu behandeln? Und aus meiner Sicht macht das klar Sinn, denn es gab auch andere Daten, die zeigen konnten, dass eine andere Studie, ja, Patientinnen und Patienten im Alter profitieren von Therapie, allerdings weniger als wenn sie jünger sind. Deswegen auch das Credo natürlich, Patientinnen und Patienten dann eine Therapie anzubieten, wenn sie mit der Krankheit beginnen, nur wenn Patientinnen und Patienten sozusagen älter sind, im höheren Alter erst die MS entwickeln. Dann muss man immer abwägen, mit welchem Therapeutikum man Patienten am besten stabil hält. Jetzt möchte ich im Folgenden auch so ein paar Aussagen oder Empfehlungen unserer Leitlinie geben. Es gibt für Deutschland, Österreich, Schweiz eine Leitlinie. In der Leitliniengruppe darf ich mitwirken, unter Federführung von Professor Hemmer aus München und da machen wir uns jährlich im Prinzip Gedanken darüber, wie wir MS-Therapie für vornehmlich Erwachsene, Betroffene empfehlen. Und es gibt so verschiedene Empfehlungen stärken. Wenn wir sagen eine starke Empfehlung, dann sagen wir soll. Wenn wir sagen eine Empfehlung, dann sollte eine offene Empfehlung ist kann. Und was sozusagen die Leitlinie enthält, ist, dass sozusagen wir darauf achten müssen, dass mit zunehmendem Alter, das habe ich Ihnen gerade gezeigt, die entzündliche Krankheitsaktivität eher zurückgeht und deshalb die Nettoeffekte, das heißt, das, was wir mit Immuntherapien sozusagen erreichen, bewirken können, dass die eher abnehmen. Außerdem steigen bei vielen Immuntherapien mit zunehmendem Alter auch die Nebenwirkungen letztendlich. Aber, das ist ganz wichtig, ich möchte mit auf den Weg gehen, es macht deswegen natürlich trotzdem Sinn, betroffenen Patienten eine Therapie anzubieten, auch wenn sie älter über 55 sind, wenn sie eine aktive MS haben. Ich hatte vor einiger Zeit eine Patientin, die kam zu mir im schon höheren Alter, deutlich über 60 auch, und der wurde gesagt, sozusagen, naja, eine MS-Therapie beginnen wir bei Ihnen nicht, in Ihrem Alter machen wir das nicht. Sie war sehr aktiv gewesen, wir haben eine Therapie dann begonnen hier bei uns und die Patientin konnte darunter auch stabilisiert werden. Das heißt, so formuliert, wenn Patienten und Patienten aktiv sind, dann darf man natürlich nur wegen des Alters in Therapie nicht vorenthalten. Eine andere Empfehlung ist aber auch, dass wir, wenn wir Therapien beginnen, auch auf andere Erkrankungen achten müssen, wie auf kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen achten müssen zum Beispiel. Und wir müssen auch wissen, dass sozusagen, das habe ich Ihnen schon gezeigt, dass wir eine Immunosinnesenz haben. Das heißt, die Immuntherapien, die wir geben, treffen auf ein schon älteres Immunsystem letztendlich. Außerdem haben wir eine andere Pharmakokinetik, das heißt, wie sich letztendlich in Dynamik, wie sich die Substanzen im Körper verhalten, wie sie abgebaut werden, sodass wir auch darauf achten müssen, ob wir andere Unverträglichkeiten, Risiken, Nebenwirkungen haben. Wie gesagt, dadurch, dass sozusagen die Altersgrenze im Rahmen der kontrollierten Studien meistens so bei 50-55 liegt, haben wir für viel ältere Patientinnen und Patienten diesbezüglich auch keine zumindest kontrollierte Daten, sondern nur Daten aus entsprechenden Registern, nachdem Substanz schon zugelassen worden ist. Hier habe ich mal ein paar Präparate aufgeführt, um mal zu zeigen, solche, welche Risiken im Alter vermehrt auftreten können unter verschiedenen Therapien. Keine Angst, hier muss ich die Präparate natürlich nicht merken. Viele kommen hier vielleicht auch fremd vor. Ich dachte nur, ich nenne vielleicht ein paar Präparate, weil vielleicht einige Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind, die mit der einen oder anderen Substanz behandelt werden und sich dann hier wiederfinden können. Wir wissen, das können wir durchgehen für Natalizumab, so ein Antikörper, der alle vier Wochen geben wird, Fingolimot, eine Tablettentherapie. Das Präparat setzen wir nur noch selten oder kaum mehr ein. Klaterribin, so eine Gepulst-Tablettentherapie, die Okulizumab, so eine Antikörpertherapie, alle halbe Jahr. Wir wissen, bei all diesen Therapien kann es vermehrt zu Infektionen kommen, zum Beispiel. Und dann gibt es einige Substanz, die im spezifischen Nebenwirkungen im Alter eine Rolle spielen können, wie Fingolimot mit einem langsamen Herzschlag. Pradica, die mit dem Bluthochdruck, und Sie sehen schon, wir wissen, im Alter ist Bluthochdruck einfach häufiger. Wenn eine Substanz auch noch Bluthochdruck machen kann, kann es nochmal dazu problematisch sein. Und das muss man einfach beachten. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Dimethylformarat. Vielleicht kennst du eine oder andere Tablettentherapie. Das Tecfidera ist einer der Handelsnamen, wobei es mittlerweile auch die ersten Generika gibt. Unter dem Dimethylformarat kommt es häufig zum Abfall von Lymphozyten. Wir wissen, die Lymphozyten, die sinken im ersten Jahr so um 30 Prozent ab und wenige Patienten, so um die 6 Prozent, haben schwere Abfälle ihrer Lymphozyten. Das heißt, dass dort Lymphozyten deutlich runtergehen. Was ist einer der Hauptrisikofaktoren für Lymphozyten? Verarmung unter Therapie, ein höheres Alter über 55. Das heißt, auch hier, wenn wir ältere Patientinnen, Patienten älter als die über 55 auf die Therapie einstellen, müssen wir darauf umso mehr achten, dass die keine Lymphozyten, starken Lymphozytenabfälle kriegen, die wiederum dazu führen, dass gewisse Infektionen häufiger auftreten können. Das war hier eine Übersichtsarbeit. Für Sie vielleicht wieder eine komplizierte Grafik, aber ich versuche es Ihnen zu erklären zumindest. Sie sehen hier auf dieser Achse die Wirksamkeit der Therapie, hier die Risiken. Und hier sind verschiedene Therapien eingezeichnet, wie zum Beispiel Interferon-Therapie, Glateramiacetat-Therapie. Was Sie sehen können, letztendlich ist das für die Interferon-Therapie, zwar die Wirksamkeit runtergeht, die Sicherheit aber gleich wird, auch für Glateramiacetat, dass für die anderen Therapien mehr oder weniger im Alter jedoch die Effektivität, das heißt, wie gut kann es die MS kontrollieren, runtergeht, aber auch die Risiken aufgrund des Alters bis zu einem gewissen Maß zunehmen können. Die Frage, die immer kommt, wenn ich Patientinnen und Patienten aufkläre, machen Präparate Krebs. Im Allgemeinen kann man sagen, dass bei so ziemlich allen Therapien das Krebsrisiko Stand heute jetzt eigentlich ziemlich zu vernachlässigen ist. Es gibt eine kleine Ausnahme, dass Fingolimod sozusagen aus einer Gruppe von Medikamenten einen gewissen Wirkmechanismus haben, wo vor allem Hauttumore häufiger auftreten können, weswegen auch Hautkontrollen durchgeführt werden müssen. Aber ansonsten für die anderen Therapien, die wir im Alltag einsetzen, sehen wir kein erhöhtes Krebsrisiko. Ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte unter anderem, ist die Frage von Komorbiditäten. Was sind Komorbiditäten? Hier oben können Sie es lesen. Komorbiditäten sind Begleiterkrankungen. Das heißt, wenn Betroffene nicht nur ein MS haben, sondern auch andere Erkrankungen haben, wie Bluthochdruck, wie Festschlafwechselstörungen zum Beispiel, die Frage ist, spielen diese Komorbiditäten bei der MS irgendeine Rolle? Und hier gibt es mehrere Artikel. Und unter anderem in diesem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass diese Komorbiditäten, das heißt die Begleiterkrankungen, letztendlich können dazu führen, dass die Patienten eine aktivere MS haben und sogar vielleicht auch früher sterben. Deswegen sollte die Behandlung dieser Komorbiditäten, dieser Begleiterkrankungen letztendlich ganz deutlich oder stark beachtet werden. Was würden Sie sich vorstellen? Das will ich Sie gerne wieder fragen, aber aufgrund des Formates kriege ich keine direkte Antwort. Was würden Sie sich vorstellen, was sind das für Komorbiditäten, die im Alter auftreten? Das wurde sozusagen, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, zunächst wollte ich noch kurz zeigen, letztendlich wie viele Komorbiditäten im Alter auftreten können. Und das war dann auch ein Register, letztendlich mit über dreieinhalbtausend Patienten. Hier wurde geguckt, wie viele Patienten hatten eine Begleiterkrankung, also eine Komorbidität, wie viele mindestens zwei, was Sie sehen können. Etwa ein Drittel der Patienten hatte zwei Komorbiditäten. Das Alter dieser Patienten war bei etwa 51 Jahren. Das heißt, Sie sehen, im Alter kommen mehr Begleiterkrankungen dazu, die wir berücksichtigen müssen. Und Sie haben vielleicht den Begriff der sogenannten Multimorbidität schon mal gehört. Das heißt, Patienten haben mindestens zwei Begleiterkrankungen und etwa ein Drittel der Patienten haben mindestens zwei Begleiterkrankungen, sind also Multimorbid. Und jetzt zurück zu meiner Frage, welche Begleiterkrankungen sind diese? Am häufigsten neurologisch-psychiatrische Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Zucker. Also das sind Erkrankungen, die wir auf dem Schirm haben müssen, denn diese Erkrankungen können zusätzlich natürlich Patienten beeinträchtigen, können aber auch die MS schlechter machen. Das ist hier in dieser Arbeit mal ganz schön gezeigt. Hier wurde gezeigt, wie weit Patienten mit einer Cholesterinerhöhung mehr MS-Aktivität hatten. Und was gezeigt werden konnte, ist wohl das LDL. LDL ist das ja schlechte, das ungünstige Cholesterin, was wir auch bei Patienten mit Schlaganfall zum Beispiel stark senken wollen. Aber auch das gesamte Cholesterin letztendlich, wenn Patientinnen und Patienten ein erhöhtes LDL hatten oder auch ein erhöhtes Cholesterin, war das Risiko für eine aktivere MS, das heißt, das ist natürlich negativ, war dieses Risiko erhöht. Und es konnte auch in einer anderen Studie gezeigt werden. Auch hier konnte gezeigt werden, dass eine Fettstoffwechselstörung das Risiko für Aktivität erhöht, aber auch, wenn die Anzahl von Komorbiditäten bei mindestens drei Begleiterkrankungen lag, interessanterweise auch bei Betroffenen mit Migräne. Die Frage ist, inwieweit müssen wir Komorbiditäten, also solche Begleiterkrankungen, beachten, wenn wir eine Therapie auswählen? Ich habe das mal so ein paar Szenarien aufgezeigt. Hier mal gezeigt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Frage ist, welche Therapie letztendlich könnte dort etwas kritisch sein. Das sind diese, nur für die es schon mal gehört haben, S1-P-Modulatoren, Präparate wie Fingolehmut, Ozanimut, Pornesimut und Seponimut. Bei diesen Präparaten kann es auch zu Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen kommen. Deswegen wäre das ungünstig, wenn begleitend schon Hypertonus, Bluthochdruck oder Ähnliches vorliegt. Bei Militern-Erkrankungen, wie schon gesagt, S1-P-Modulatoren können etwas erhöhtes Hautkrebsrisiko haben. Wenn wir über Autoimmunerkrankungen sprechen, wir wissen, Interferontherapien, das waren die ersten Therapien, die wir für die MS zur Verfügung hatten, können mal Autoimmunerkrankungen triggern. Dann gibt es Medikamente, die können epileptische Anfälle, das Risiko leicht erhöhen, aber wirklich nur sehr leicht. Das sind auch die Interferone und diese S1-P-Modulatoren. Für den Zucker, auch hier sind die S1-P-Modulatoren nicht so günstig, weil die so eine Augenbeteiligung machen können, die bei Diabetes häufiger auftritt, bei psychiatrischen Erkrankungen, unter anderem Interferone, die selten mal eine Depression verstärken oder hervorrufen können. Das war wirklich was Seltenes ist, aber man muss halt beachten, Patienten mit einer psychiatrischen Begleiterkrankung sollte man eher keinen Interferonen geben. Damit möchte ich nur zeigen, wenn wir Therapien auswählen, müssen wir nicht nur gucken, welche Präparate passt zum Patienten von der Krankheitsaktivität, sondern auch danach gucken, welche Begleiterkrankungen haben Patientinnen und Patienten, um nicht sozusagen das oder um zu verhindern, dass diese Begleiterkrankung einen negativen Einfluss hat im Rahmen der eingesetzten Therapie. Was wichtig ist, wenn wir Immuntherapien sprechen, das gilt jetzt für alle Menschen, ist jetzt gezeigt sozusagen für die allgemeine Bevölkerung, nicht nur für die MS, die Infektionsrate im Alter nimmt deutlich zu. Hier ist mal gezeigt die Hospitalisierungsrate, das heißt die Rate derer, die wegen einer Infektionskrankheit ins Krankenhaus gehen mussten. Was Sie sehen können, ja, jene des Alters von 50 nimmt deutlich zu. Natürlich müssen wir aufpassen, wenn wir Patientinnen und Patienten in diesem Bereich hier höhereffektive Therapien geben, das Immunsystem stärker beeinträchtigen, dass wir da sozusagen Nutzenrisiko gut abwägen, weil wir sehen, dass eben das Infektionsrisiko steigt. Aber nochmal betont, wenn Patientinnen und Patienten eine hocheffektive Therapie brauchen, ja, weil sie eben so aktiv ist, die MS, dann muss man das vielleicht auch in Kauf nehmen, damit die MS einem nicht davonlaufen, damit die MS nicht zu einer relevanten Behinderung führt. Also immer eine Abwägungssache, Nutzen versus Risiko. Ein wichtiger Punkt, der ganz oft und ganz viel diskutiert wird, ist die Frage, wie gehen wir mit Therapie im Alter um? Ich habe Ihnen ja gesagt, die MS im Alter wird weniger entzündlich aktiv. Wir haben weniger MRT-Aktivität, wir haben weniger Schübe, aber wir können trotzdem Behinderungszunahme haben. Ja, aber dieses Zeichen der entzündlichen Aktivität, Schübe, MRT-Aktivität, auf die wir mit den Therapien, die wir heute haben, gut behandeln können, diese Charakteristika werden im Alter weniger. Deswegen ist immer die Frage, sollen wir sozusagen im Alter Therapie stoppen oder vielleicht umstellen auf eine weniger riskante Therapie oder sollen wir Therapie einfach fortführen? Das ist eine schwierige Frage, eine Frage, die momentan ganz viel diskutiert wird und dazu möchte ich Ihnen einige Gedanken mit auf den Weg geben. Die Frage ist, wann oder warum könnte man überhaupt ein Absetzen der Therapie erwägen? Zum einen, wenn Patientinnen und Patienten stabil sind, wenig oder kaum Behinderung haben, ohne Zeichen der Entzündung, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, eine Therapie zu beenden, wenn wir denken, naja, die MS im Alter ist weniger aktiv, vielleicht kann man einfach eine Pause machen. Oder wenn wir sehen, naja, wir haben Patienten, die letztendlich eine voranschreitende Erkrankung haben, wo wir wissen, dass Immuntherapien im Alter vielleicht nicht mehr so sehr wirken, auch da muss man sich überlegen, ob man Therapien beendet. Jetzt ist die Frage, gibt es Studien dazu? Gibt es Studien, die uns sagen, ob es sinnvoll ist, Therapie im Alter fortzuführen oder Therapie im Alter entweder sozusagen zu beenden oder vielleicht umzustellen? Dafür gibt es halt nur wenige Daten. Das war mal eine Arbeit gewesen, die man gezeigt hat letztendlich, was mit Patienten passiert, die sozusagen Therapie abgesetzt haben und was man gesehen hatte, dass die Patienten, die Therapie abgesetzt haben, schon letztendlich zum Teil wieder Aktivität entwickelt haben, auch im Alter. Manche von Ihnen kennen vielleicht das Präparat Natalizumab, so ein Antikörper, der hocheffektiv ist. Die Frage ist, ab welchem Alter ist es kritischer, das Präparat abzusetzen oder nicht abzusetzen? Was man sehen kann, je höher das Alter ist, umso weniger kritisch ist es vielleicht. Aber gerade bei dem Präparat, was nur dazu oder dessen Wirkeffekt der ist, dass sozusagen die gefährlichen oder autoaggressiven Entzündungszellen aus dem Gehirn draußen gehalten werden. Wenn ich diesen Antikörper absetze, geht es von vorne los. Deswegen muss ich gut überlegen, ob man so ein Präparat beendet. Ich will mal eine andere Studie zeigen und einfach nur zeigen, wie kritisch man auch manchmal Studien sehen muss. Ja, ich gehe mal etwas länger darauf ein. Das war eine Studie bei Patienten mit Therapie zwischen 2010 und 2016. Diese Patienten hatten mindestens zwei Jahre eine Immuntherapie, eine prophylaktische Therapie und die Therapie wurde beendet nach dem 60. Lebensjahr. Was waren das für Patienten? Das waren Patienten, von denen die meisten eine chronische MS hatten. Eine chronische MS, bei der ja häufig also entweder eine primärprovidente, also primärchronische oder eine second half chronische MS hatten. Das heißt, es sind die Patientinnen und Patienten, bei denen häufig Schübe kaum oder gar nicht mehr auftreten. Das waren immerhin etwa zwei Drittel der Patienten gewesen. Und es waren Patienten, die letztendlich am häufigsten Interferontherapie oder glattere Mehrzitate hatten. Das heißt, Therapien, die wir eigentlich bei Patientinnen und Patienten einsetzen, die weniger Aktivität haben oder weniger Patienten, hatten höhereffektive Therapien. Das Ergebnis dieser Studie war eigentlich ganz toll. Nur ein Schub ist aufgetreten. Aber man muss kritisch sagen, zum einen waren viele Patienten eingeschlossen, die sowieso keine Schübe mehr hatten. Zum anderen solche Patienten, die eine milde MS hatten. Von daher kann man dieses Ergebnis, muss man dieses Ergebnis etwas kritisch sehen und fragen, ob man aufgrund so einer Studie sagen kann, naja, nach dem Alter von 60 Jahren kann man Therapie einfach beenden. Das kann man sicherlich nicht sagen. Und am Rande erwähnt, zehn Prozent derer, die Präparate aus Präparat abgesetzt haben, haben später wieder mit einer Therapie begonnen. Es gibt noch zwei andere Studien. Eine läuft noch bei Patientinnen und Patienten über 50 Jahre. Das ist die Stopp1-SEP-Studie. Es gibt eine andere Studie, die DISCOMS-Studie, die möchte ich kurz vorstellen, weil die vor kurzem erst publiziert worden ist. Auch da möchte ich es wieder mitnehmen. Auch das ist eine Studie, die untersuchen sollte letztendlich, ist es gefährlich oder ist es auch ungefährlich, wenn wir Therapie bei MS absetzen. Untersucht wurden hier Patientinnen und Patienten, die mindestens 55 Jahre alt waren. Die hatten keinen Schub in den letzten fünf Jahren, also immerhin fünf Jahre Schub frei. Die hatten in den letzten drei Jahren keine MRT-Aktivität und hatten zuvor kontinuierlich sozusagen eine Immuntherapie eingenommen. Aber über 90 Prozent der Patienten, das muss man einfach berücksichtigen, hatten eine Immuntherapie, die wir bei Patientinnen und Patienten einsetzen, die eine weniger aktive MS haben. Also hier waren keine oder fast oder nur zehn Prozent der Patienten oder weniger als zehn Prozent der Patienten dabei, die eine effektivere Immuntherapie hatten, die wir bei Patientinnen und Patienten einsetzen, die eine höher aktive oder aggressivere MS haben. Also es waren eher leichter betroffene Patienten. Davon muss man ausgehen. Was kam raus? Innerhalb von zwei Jahren nach Absetzen die Patientinnen und Patienten, die die Therapie fortgeführt hatten, von denen hatten knapp fünf Prozent entweder einen Schub oder MRT-Aktivität. Die Patienten, die aufgehört hatten, von den Patienten hatten etwa zwölf Prozent wieder einen Schub oder neue Aktivität. Das heißt, die Studie konnte nicht zeigen, dass ein Absetzen der Therapie sozusagen ohne Konsequenz, was Aktivität angeht ist. Das heißt, in dem Fall lag das sozusagen der Prozentsatz derer, die die Therapie beendet hatten und wieder Aktivität der MS hatten, höher als bei den Patienten, die Therapie fortgeführt haben. Aber man kann Daten immer von zwei Seiten sozusagen sich angucken. Und wenn man sich das mal sozusagen insgesamt betrachtet, war das Risiko von Rückkehr von entzündlicher Aktivität der MS, bei denen die Therapie unterbrochen haben und im Vergleich zu denen letztendlich, die die Therapie fortgeführt haben, eine leichter erhöht. Und über sie macht es Prozent, so kann man es natürlich auch sehen, derjenigen, die die Therapie beendet haben, hatten dann keine Zeichen mehr entzündlicher Krankheitsaktivität. Nur drei Prozent hatten einen Schub. Also zusammenfassend gesagt in dieser Studie, die letzte Studie, die darüber veröffentlicht wurde, hat man sehen können, dass letztendlich bei Patienten, Patienten jenseits von 55 oder größtergleich 55 Jahre, dass die meisten Patienten stabil geblieben sind, aber eben nicht alle. Unsere Schwierigkeit ist natürlich die, vorauszusehen, welche Patienten sind es, die nach Absätze stabil bleiben und welche sind es eben nicht. Und ich wiederhole nochmal, hier ging es um Betroffene mit Therapien, die wir eher für die weniger aktive MS einsetzen. Das muss man bei der Interpretation der Studienergebnisse immer berücksichtigen, weil wenn die Studie durchgeführt worden wäre, mit Patienten, die hocheffektive Therapien haben, bei vorher sehr aktiven Patienten, kann es sein, dass die Daten hier ganz anders aussehen würden. Was sagt die Leitlinie? Darauf war ich schon mal zu sprechen gekommen. Ganz allgemein gesprochen letztendlich, dass zum Absetzen von Therapien, da haben wir viel diskutiert, wenn Patienten und Patienten Therapien haben, eine geringere Wirksamkeitskategorie, das heißt die Therapien, die wir bei Betroffenen einsetzen, die wenig Aktivität haben. Wenn die mindestens fünf Jahre stabil sind und die Patienten sagen, jetzt möchte ich mal eine Pause machen, dann kann man es nach fünf Jahren sozusagen rechtfertigen, wobei dieser Zeitraum von fünf Jahren nicht evidenzbasiert ist. Diese Aussage gilt nebenbei unabhängig vom Alter. Es gilt nicht nur für ältere Patientinnen und Patienten, sondern für Patienten jeden Alters. Das heißt Stabilität nach fünf Jahren, wenn der Patientenwunsch klar da ist, ich will eine Pause machen, dann haben wir es in der Leitliniengruppe für sozusagen möglich erachtet, dann zu sagen, naja, dann probieren wir es halt. Aber das muss man individuell sehr gut besprechen und auch Patienten und Patienten aufklären, was sozusagen die Konsequenzen sein können. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass diese Immunosinnesenz, das heißt das Altern des Immunsystems, ein wichtiger Aspekt ist, mit Einfluss auf verschiedene Vorgänge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass es ansprechend auf Immuntherapien in verschiedenen Altersphasen unterschiedlich ist. Je jünger Patientinnen und Patienten sind, umso besser sprechen sie an. Das Alter ist ein besonderer Lebensabschnitt und wir müssen immer sehen, dass die Sicherheit der Immuntherapien gewährleistet ist. Das müssen wir auch bei der Therapiewahl immer gut berücksichtigen. Wichtig, für mich ganz wichtig ist, Alter bedeutet nicht, keine Immuntherapie. Das heißt, die Patientinnen und Patienten, die im Alter Aktivität zeigen, die sollten auch die Immuntherapie erhalten können und dürfen. Wir müssen nur gut darauf aufpassen, aufgrund der möglichen Nebenwirkungen. Wir sollten Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen zum Beispiel beachten und behandeln und auch dadurch können wir die MS-Aktivität wahrscheinlich beeinflussen. Die Frage ist, bei welchen Patienten wir wann welche Therapie im Alter absetzen. Da gibt es noch kein Idealrezept für. Ich denke, diese Frage wird man immer ganz individuell mit dem Patienten besprechen müssen, abhängig davon, wie aktiv er war, abhängig davon, welche Therapie er hat. Das kann man sicherlich nicht in irgendeine Form oder ein Schema X hineingeben. An der Stelle hoffe ich, dass ich Ihnen einige neue interessante Aspekte bieten konnte. Das ist das Universitätsklinikum, in dem ich arbeite und an dieser Stelle erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.